Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Heiduck, auch wenn die Rollen zwischen Koalition und Opposition gerade nun auch bei Plenardebatten eindeutig geregelt sind, da kann es einfach ab und an auch nicht schaden, übrigens auch für Sie als Opposition einmal die Wirklichkeit in Deutschland zu betrachten und einfach ganz gelassen sich die Frage zu stellen, woran liegt es, dass Deutschland vor allem auch im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn um ein so vieles besser dasteht als anderswo. Meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland ein kontinuierliches, ja, wir haben mittlerweile seit vielen Jahren ein beständiges wirtschaftliches Wachstum und wir sind eine der führenden Exportnationen weltweit. Und wenn mir einer vor zehn Jahren gesagt hätte, dass wir im Jahr 2016 mit rund 2,5 Millionen Arbeitslosen die niedrigste Arbeitslosenzahl seit 25 Jahren haben, dann hätte ich zumindest vor zehn Jahren nur ungläubig den Kopf geschüttelt. Und diese guten Daten, die sind nicht über Nacht, die sind auch nicht von alleine gekommen. Und ein wenig flapsig sage ich häufig, dass bei hoher Arbeitslosigkeit, bei schlechten wirtschaftlichen Daten in Deutschland immer und ausschließlich, Sie haben das ja deutlich gemacht, Frau Heiduck, immer und ausschließlich die Regierungskoalition verantwortlich ist. Und bei guten Arbeitsmarktdaten, bei hohem Wirtschaftswachstum hat die Regierungskoalition ja anscheinend natürlich gerade aus Sicht der Opposition hieran überhaupt keinen Anteil. Nein, meine Damen und Herren, das ist natürlich nicht richtig. Kluge und vorausschauende Entscheidungen, die wir in der vergangenen und in dieser Legislaturperiode unter Führung der Union und mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin getroffen haben, die sind für die gute wirtschaftliche Lage verantwortlich. Nicht nur, aber zu einem ganz, ganz großen Anteil. Und deshalb ist es gut, dass Sie, Frau Bundeskanzlerin, auch für eine weitere Kanzlerschaft zur Verfügung stehen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade in wirtschaftlich starken Zeiten tragen wir eine sehr große Verantwortung. Gerade jetzt ist es unsere Pflicht, günstige Rahmenbedingungen zu erhalten, damit wir mit zukünftigen Herausforderungen eben auch in schlechteren Zeiten besser zurechtkommen als vielleicht andere. Und dies auch, und das ist mir sehr wichtig, um den kommenden Generationen, die eben auch wie wir noch gestalten wollen und nicht bloß Schulden verwalten wollen, Raum für eigene Entscheidungen und vor allen Dingen für eigene Visionen zu lassen. Und darum ist es absolut richtig, gerade in der jetzt guten konjunkturellen Lage, keine neuen Schulden aufzunehmen und sogar Schulden zurückzuzahlen. Und ich habe, liebe Kolleginnen der Opposition, ja nun gerade in diesen Haushaltsberatungen, Herr Kollege Jürg, bei ihren milliardenschweren Ausgabeanträten gemerkt, dass Ihnen das mit der schwarzen Null nun überhaupt nicht gefällt. Und warum Ihnen das nicht gefällt, das ist mir ein wenig schleierhaft, aber nach Ihrer Interpretation gehört das Schuldenmachen zur Politik wohl dazu. Wir als Union sehen das anders. Und das bin ich auch ganz persönlich meinen eigenen Kindern schuldig, dass unsere Politikergeneration dauerhaft, dauerhaft mit dem vermeileteilten Schuldenmachen endgültig aufhört. Und meine Damen und Herren, Deutschland geht es vor allen Dingen auch deshalb besser als anderen Ländern, weil Deutschland von einem starken Mittelstand geprägt ist. Diese mittelständischen Unternehmen haben großen Anteil an der wirtschaftlichen Stabilität Deutschlands sowie unserer Innovationsfähigkeit und unserer Technologieführerschaft in ganz, ganz vielen Bereichen. Auch im Exportbereich ist der Mittelstand ein starker Partner für ausländische Unternehmen. Und er genießt mit seinen qualitativ hochwertigen Produkten höchste Anerkennung. Die Marke Made in Germany, und das erleben wir Parlamentarier gerade auf Auslandsreisen immer wieder. Sie steht nach wie vor für Qualität und Verlässlichkeit und sie verkauft sich ausgesprochen gut. Und dennoch können wir in diesem Bereich, wie ich meine, noch viel für kleine und mittelständische Unternehmen machen, was nicht immer mit Haushaltsmitteln zu tun haben muss. So haben wir zum Beispiel mit der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens mit Kanada einen ersten Schritt getan, um exporthemmende Regularien abzubauen und unsere Wirtschaft damit zu stärken. Und gerade für eine Exportnation wie Deutschland sind solche Freihandelsabkommen von größter Wichtigkeit. Sie erleichtern in besonderem Maße den Zugang zu neuen Märkten. Und außerdem können wir so gemeinsam mit Partnern in der Europäischen Union und unseren transatlantischen Partnern in Zeiten der Globalisierung, die wirklich häufig nicht einfach sind, aktiv weltweite Standards und unsere Vorstellungen von Freihandel, unsere Vorstellungen von Umweltschutz, unsere Vorstellungen von Datensicherheit und unsere Vorstellungen von Verbraucherschutz gegenüber Staaten wie zum Beispiel Russland und China durchsetzen. Und ich sage deutlich, weitere Abkommen sind aus deutscher Sicht zwingend erforderlich, wenn wir unseren hohen Lebensstandard auch in Zukunft mit enormen Ausgaben für Soziales und für Umwelt halten wollen. Und für mich ist es nicht nachvollziehbar, wie gerade Sie von den Linken und insbesondere auch von den Grünen, leider auch Teile der SPD, das Abkommen mit den Vereinigten Staaten bekämpft haben. Wissen Sie, liebe Kollegen der Grünen, in ganz ferner Zukunft mögen Sie ja auch einmal wieder Regierungsverantwortung tragen. Und spätestens dann werden Sie lernen, dass man das, was man halt verteilen möchte, erst vorher erarbeitet haben muss. Und das wird, so leid es mir tut, erst nur mit einer ganz starken Wirtschaft gehen. Und ich bin mir ganz sicher, irgendwann in der Zukunft blicken Sie nicht mehr selbstverliebt auf Ihren Kampf gegen das TTIP zurück. Denn dieses heute, heute noch nicht umgesetzt zu haben, da bin ich ganz sicher, das wird uns in der Zukunft erheblich belasten. Und meine Damen und Herren, kommen wir nun zu den Rahmendaten des Etats. Sehr viel hat richtigerweise der Kollege Jörg ja vorgeschlagen. Der Haushalt des Wirtschaftsministeriums ist mit 7,73 Milliarden Euro ausgestattet. Und mit dem zentralen Innovationsprogramm Mittelstand, was angesprochen worden ist, der industriellen Gemeinschaftsforschung, da bin ich sicher, haben wir hervorragende Instrumentarien, um den Mittelstand zu fördern und ihn zu unterstützen. Und diese Programme werden sehr, sehr stark nachgefragt, sodass wir regelmäßig natürlich nicht alle Anträge bewilligen können. Und das mag ja auch gar nicht verkehrt sein, die Besten auswählen müssen. Diese Programme, diese Programme helfen dem Mittelstand, Produkte zu entwickeln und gegebenenfalls auch Spielräume zu schaffen, damit diese Produkte auch erfolgreich vermarktet werden können. Sowohl das ZIM kann nach unseren Beratungen mit dem Haushaltsvermarkt 10 Millionen Euro mehr verfügen. Und auch den Titel der industriellen Gemeinschaftsforschung haben wir von 210 Millionen auf 30 Millionen Euro in den Beratungen angehoben. Und das ist schon eine stattliche Summe, meine Damen und Herren. Und ein weiteres Instrument für die Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen sind auch die Auslandsmessen. Viele Unternehmen haben eben oft nicht die finanziellen und vor allen Dingen nicht die personellen Ressourcen, um sich Auslandsmärkte gezielt zu erschließen. Die Beteiligung an Ausstellungen und an Messen ist aber für viele Unternehmen ein ganz wichtiger Vertriebsfaktor, um die qualitativ hochwertigen Produkte, die unser Mittelstand herstellt, auch eben in Umsätze zu generieren. Und darum haben wir uns dafür eingesetzt, dass die Mittel für das Auslandsmesseprogramm noch einmal in diesem Jahr um 1,5 Millionen Euro heraufgesetzt wurden. Und einen ganz neuen und, wie ich meine, mutigen Schritt gehen wir, um große Auslandsprojekte besser strategisch zu begleiten. Wir werden im kommenden Jahr einen Koordinator der Bundesregierung für strategische Auslandsprojekte einsetzen. Dieser wird Großprojekte und vor allem auch Aufträge bei Infrastruktur- und Industrieprojekten mit herausragender Bedeutung für unsere Wirtschaft begleiten. Und dies tun wir vor allem, um unsere deutsche Wettbewerbsfähigkeit auszubauen sowie Marktanteile in ausländischen Märkten zu erschließen. Denn entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Angebote in strategisch relevanten Bereichen ist. Und das mussten wir schmerzhaft bei einem nicht erhaltenen U-Boot-Auftrag lernen. Heute mehr denn je die gezielte politische Begleitung. Deshalb, Herr Minister, müssen Großprojekte heute stärker politisch flankiert werden, als wir dies in der Vergangenheit getan haben. Und ich bin froh, dass wir das nun mit der Einsetzung eines Koordinators und einer kleinen, aber feinen Geschäftsstelle tun. Und meine Damen und Herren, ich sprach anfangs von klugen und vorausschauenden Entscheidungen, die wir für zukünftige Generationen treffen müssen. Und darum bin ich froh darüber, dass wir auch in den diesjährigen Haushaltsberatungen mit der Einrichtung von sechs Forschungsinstituten unter dem Dach des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt die Forschungslandschaft in Deutschland weiter stärken werden. Für diese sechs neuen Institute stellen wir zusätzlich 42 Millionen Euro bereit. Und die Institute werden so wichtige Themen wie das virtuelle Flugzeug unter dem Stichpunkt Industrie 4.0 oder der Schutz maritimer Infrastrukturen mittels Satellitentechnologie bearbeiten. Und das sei mir vielleicht auch abschließend als Niedersachse erlaubt, möchte ich natürlich die maritime Wirtschaft nicht vergessen. Sie ist für uns ein großer und ein wichtiger Wirtschaftszweig. Und sie schafft vor allen Dingen hochqualifizierte und sehr gut bezahlte Arbeitsplätze, gerade bei uns in der Region. Deutschland ist vor allen Dingen im Spezial- und im Kreuzfahrtschiffbau weltweit führend. Und deshalb ist es richtig gewesen, dass wir den Ansatz des Regierungsentwurfs für den innovativen Schiffbau von 15 Millionen Euro wieder auf 25 Millionen Euro heraufgesetzt haben. Sehr geehrter Herr Minister Gabriel, zum Schluss möchte ich mich auch für die, und wir müssen hier jetzt sagen, sogar für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen vier Jahren bei Ihnen ganz persönlich, ganz besonders aber bei Ihrem Staatssekretär, Herrn Rainer Sotowski, und dem gesamten Haushaltsreferat für die gute, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Wir haben auch in diesem Jahr für das Jahr 2017 wieder einen sehr verantwortungsbewussten und wir haben einen zukunftsweisenden Haushaltsplan aufgestellt, dem jeder, das sage ich auch deutlich mal mit Blick an die Opposition, dem jeder eigentlich in diesem Haus zustimmen könnte. Und ich werbe um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Das Wort hat nun der Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.